Ich bin der Typ Mensch, der seine Welt kontrollieren möchte, meinen Alltag kontrollieren möchte. Nur habe ich die letzten Jahre gelernt, dass das, was sein wird, wird sein. Das, was ich wirklich erreichen soll, werde ich erreichen. Das, was aus meinem Leben verschwinden wird, wird verschwinden. Also Samara, gib dich dem Leben hin und fließe, anstatt zu versuchen, ständig zu kontrollieren.